Okay, wir haben hier ein Portfolio mit insgesamt 17.525 Dollar und insgesamt vier Positionen. Lass uns da mal gemeinsam researchen, inwiefern dieses Portfolio eigentlich im nächsten Bullrun ein über 50.000 Dollar wert sein könnte. Das alles im heutigen Video. Aber erstmal, Freunde, guten Morgen. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Lass uns mal heute über eine Portfoliobewertung sprechen, die mir vom lieben Eckhardt zugesendet worden ist. Ich habe ihm natürlich darum gebeten, auch nicht nur einfach plump sein Portfolio mir zu schicken, sondern auch nochmal ein paar Sätze zu seinem Portfolio zu schreiben, was er eigentlich von diesem Portfolio hält, was das Ziel dahinter ist und generell, was seine Vision dahinter ist. Also erstmal geht es um die mittel- bis langfristige finanzielle Unabhängigkeit. Genau diesen Punkt werden wir gemeinsam prüfen. Und sein Plan zum Investieren ist, oder sein Ziel dahinter, besteht im Grunde, dass nach fünf bis zehn Jahren ein kleines Häuschen drin sein sollte. Und es stehen noch weitere 5.000 Euro als Kapital, um zu investieren. Aber er kann sich nicht so richtig entscheiden, ob das Ganze in XRP-Chainlink fließen soll. Das werden wir auch nochmal anschauen. Und ja, dazu wollte er jetzt meine Meinung einholen. Und ich würde mal sagen, wir starten auch direkt mit diesem Video und begrüßen aber zuallererst die ganzen Kanalmitglieder, die neu auf dem Kanal hinzugekommen sind. Bitte habt Verständnis, dass ich euch jetzt nicht namentlich begrüßen kann, weil es einfach zu viele sind, darunter Rolf, Lukas, Lars XRP, Daniel, Rogge, ja, The Flying Sam und Jens Ulrich. Vielen, vielen Dank auch für eure Support-Mitgliedschaft. Und Zepto, der vor fünf Monaten mal dabei war und gestern wieder neu eingestiegen ist, herzlichen Dank an dieser Stelle. Supportet ungemein. Ja, wenn ich einfach sehe, dass die Arbeit, die hier getan wird, auch irgendwo für euch einen Mehrwert generiert, sodass ihr auch dazu entscheidet, auch als Kanalmitglieder auch diesen Kanal zu abonnieren. Und natürlich bekommt ihr alle exklusiven Zugriff auf unsere Telegram-Gruppe. Und da tauschen wir uns rund um Coins aus. Da sind wir in einer exklusiven Gruppe, in einem kleineren Kreis. Und ja, wie soll ich sagen, da entstehen schon richtig gute Benefits und richtig gute Mehrwerte. Aber es soll nicht primär um den Telegram-Kanal gehen, sondern es geht einfach nur darum, dass ich etwas schaffen wollte, was ihr auch dafür zurückbekommen solltet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und nicht zu vernachlässigen. Lass uns aber direkt mal auf das Portfolio von dem lieben Eckhardt auch nochmal zu sprechen kommen. Insgesamt 17.525 Dollar investiert. Wir haben darunter auch ein Investment in Quant. Ja, seine höchste Position an dieser Stelle mit insgesamt 8.900 Dollar. Gefolgt von 7.200 Dollar in Bitcoin, Ethereum weniger als 1.000 Dollar. Und auch Arbitrum und Polygon mit jeweils 200 Dollar. Und genau da wird es nämlich interessant. Ich würde an dieser Stelle so ein Portfolio nicht machen. Also ich wäre mit der Aufteilung hier nicht zufrieden. Aber das darf gerne jeder für sich selbst entscheiden. Es ist wie gesagt meine Meinung. Wenn du eine andere Meinung haben solltest, gerne auch in die Kommentare damit. Lass uns mal ganz kurz meine Sichtweise dazu mal klären. Ich finde Quant an sich richtig geil. Denn es geht hier insgesamt um den Punkt, dass Quant eine Allokation von 50% beinhaltet. Und das wäre schwierig recht zu fertigen, wenn Quant preislich nicht performen sollte. Lass mich das erklären. Es geht jetzt nicht darum, dass ich Quant schlecht rede. Es geht nicht darum, dass ich die Pionierarbeit von Gilbert Verdian im Bereich CBDCs nicht wertschätze. Es geht mir um einen weiteren Punkt, der immer im Hinterkopf behalten werden soll. Und zwar, wenn wir es mit einem hochkomplexen Produkt wie das Overledger-Protokoll zu tun haben, dann werden sich auch Fehler einschleichen. Und diese Fehler im Overledger-Protokoll werden unweigerlich auch auf den Preis von Quant zurückzuführen sein. Deswegen wäre für mich eine 50%ige Allokation in meinem Investment für mich eher nicht so gut. Aber dennoch darf jeder auch selber entscheiden, wie er oder sie das Ganze für sich auch interpretieren darf. Generell dürfen wir nicht vergessen, Quant leistet eine Pionierarbeit im Bereich CBDCs. Das ist aber auch genau das, worauf sich aktuell Quant eher darauf stützt. Es geht jetzt nicht darum, die einzelnen Blockchains miteinander zu verbinden. Das steht zwar auf der Roadmap, aber wurde jetzt angesichts der Arbeit von Gilbert Verdian eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Weil es geht primär bei Quant darum, dass die CBDCs auch implementiert werden sollen, dass die Bankenpartner angeschlossen werden sollen, dass das Projekt Rosalinde funktionieren soll. Und das beinhaltet eben CBDCs, sodass die Konnektivitäten der einzelnen Blockchains eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber genau dieses Thema darf jeder für sich selbst interpretieren, wie er oder sie das Ganze für richtig hält. Schauen wir auf Bitcoin. Insgesamt 7300 Dollar macht eine Allokation von 41% aus. Meiner Meinung nach gehört Bitcoin auf Platz Nummer 1, wenn es um die Tokenverteilungen auch geht. Warum eigentlich? Weil viele Leute rein statistisch gesehen fangen mit Bitcoin an. Bitcoin ist ein sicheres Asset. Bitcoin ist etwas, womit wir alle a. anfangen und b. letzten Endes auch das meiste Vertrauen auch schenken. Das ist alles bewiesen und deswegen gehört Bitcoin bei mir immer auf Platz 1, wenn es um irgendwelche Big Player geht. Kaufen Sie sich mit Bitcoin erstmal ein. Wenn es um irgendwelche finanzielle Reserven geht in irgendwelchen Unternehmen, dann wird Bitcoin oftmals als Gegenpart auch dazu genutzt. Und Bitcoin ist auch das liquideste Asset, wenn wir auf Krypto insgesamt schauen. Deswegen ist Bitcoin bei mir als Krypto Asset, wo ich den höchsten Vertrauensvorschuss gebe, Bitcoin. Und in dem Punkt wäre das für mich eher auf Platz 1 gesehen eher logischer, aber auch das darf jeder für sich selbst entscheiden. Je nachdem, was das Ziel dahinter auch steht. Wenn du jetzt als zeitliche Dimension 5 bis 10 Jahre siehst, dann glaube ich schon, dass Bitcoin eher auf Platz 1 bei dir sein sollte. Schauen wir auf Ethereum. Du hast aktuell 1000 Dollar in Ethereum. Das ist eine sehr, sehr kleine Position in deinem Portfolio. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Meiner Meinung nach wird spätestens im nächsten Bullrun Ethereum eines der größten Überflieger sein und eines der stärksten Assets sein, die auch im Vergleich zu den letzten 360 Tagen am meisten gewonnen haben. Weil mit Ethereum haben wir einfach viel mehr Funktionalitäten. Ja, wenn wir das Ganze mit Bitcoin, Ethereum vergleichen, dann ist meiner Meinung nach die Funktionalitäten auf Seiten von Ethereum viel, viel stärker auch. Und da entwickelt sich jetzt in Zukunft vieles darauf. Denn wir haben auf Seiten von Ethereum viele, viele Updates, die noch kommen werden. Ja, die einzelnen Updates will ich jetzt nicht aufzählen. Das ist einfach sehr, sehr viel. Aber für mich eine sehr, sehr kleine Position, wenn wir jetzt berücksichtigen, dass du nur 1000 Dollar in Ethereum hast. Aber damit liegst du schon relativ richtig, wenn du jetzt sagst, du hast in Polygon noch investiert und auch nochmal in Arbitrum investiert. Okay, kommen wir mal auf diese beiden Projekte. Für mich Layer 2 eines der besonderen Märkte und für mich Layer 2 eines der besonders stärksten Märkte, wenn wir jetzt auf den nächsten Bullrun schauen. Warum? Du hast in Arbitrum investiert und in Polygon investiert. Ich wäre oder würde an dieser Stelle, ja, Ethereum erstmal in Position aufbauen. Weil alle Layer 2 Projekte bedienen sich an Ethereum, sodass die Transaktionen in Badges an Ethereum weitergeschickt werden. Und wenn du den Projekten Arbitrum und Polygon vertraust, dann solltest du auch zwangsläufig auf Ethereum vertrauen müssen. Weil wenn du nicht in Ethereum vertraust, funktioniert das mit Arbitrum nicht, weil sie sich anhand der Ethereum Chain bedienen. Okay, das jetzt erstmal zu dieser ganzen Theorie, wie ich das sehe. Aber meiner Meinung nach ganz klar Arbitrum in Position aufbauen, weil Arbitrum aktuell, wenn wir auf L2Beat schauen, die höchste TVL hat. Dennoch dürfen wir die TVL nicht immer als Indikator dafür nehmen, aber bleiben wir mal bei dem Thema Polygon. Bei Polygon sehe ich jetzt aktuell sehr, sehr starke Potenziale, wenn wir jetzt auf die Zukunft der Pol-Token schauen. Ja, sie wollen natürlich auch hier ein hyperproduktives Token namens Pol erstellen. Sie soll quasi das Gegenstück wie Eigenlehr wirken, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem Pol-Token weitere Blockchains horizontal zu skalieren. Was ich meiner Meinung nach eher als Revolution sehe und wenn das klappt, holler die Waldfee, dass wir da preislich dann auch Sachen sehen werden, die wir so nicht uns vorgestellt haben. Denn mit der horizontalen Skalierung haben wir die Möglichkeit, den Pol-Token für andere Blockchains mitzuverwenden, um zu staken und dadurch auch Gebühren zu generieren. Und ich glaube, diese Gebühren könnten sehr, sehr interessant sein. Das haben wir jetzt schon bei Eigenlehr gesehen, dass das Ganze gut funktioniert und in dem Punkt würde ich die Position Arbitrum und Polygon definitiv weiterhin aufbauen. Wenn du jetzt sagst, du hast 5000 Euro, die du jetzt nachschießen willst, würde ich die Position Arbitrum aufbauen, aber nicht höher aufbauen als die Position auf Polygon, weil das ist erstmal Zukunftsmusik. Du weißt nicht, ob das Ganze funktioniert und es kann auch sein, dass das Ganze auch nach hinten losgeht. Aber bei Arbitrum, es ist Fakt, da haben wir ein Netzwerk, es funktioniert und meine Vision, wie ich das Ganze sehe, wäre, dass es viele Layer-2-Blockchains geben wird. Ja, für viele besondere Anwendungszwecke. Arbitrum wird definitiv aufgebaut, um DeFi-Protokolle zu implementieren. Optimism wird aufgebaut, um vielleicht GameFi zu revolutionieren, also sodass dieser GameFi-Komponente auf Optimism stattfindet. Wir dürfen aber auch zeitgleich nicht Base vernachlässigen. Wir haben Layer-2 und es wäre jetzt noch zu früh zu sagen, Base wird der Überflieger sein. Es ist sehr, sehr neu, es hat nicht die TVL, die wir auf Arbitrum sehen, aber dennoch sehen wir jetzt, dass viele, viele Revenues und Gebühren auf Base viel höher sind als auf Arbitrum oder Optimism. Deswegen dürfen wir das Ganze so nicht vernachlässigen. Für mich ist immer der aktive User eines der wichtigsten Indikatoren, denn TVL kann man sehr leicht, sehr leicht auf einer Blockchain erstellen und dadurch auch Volumen generieren. Für mich aber ganz klar ist immer der Punkt, wie viele Benutzer nutzen eigentlich diese Blockchain, eher von Vorteil. Und da sehen wir ganz klar, dass viele mehr User auf der Arbitrum-Chain sind als auf Optimism. Dennoch auch die Transaktion ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Indikator. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann dominiert ganz klar Arbitrum. Das sah vor zwei, drei Wochen ganz anders aus, dass eben auf der Base-Blockchain sehr, sehr viel generiert worden ist. Dennoch ist eins der Themen, dass wir die Base-Blockchain nicht vernachlässigen dürfen, weil Base ebenfalls von Coinbase auch angehört, die Layer-2-Solution darstellt. Und es könnte sein, dass wir genau auch hier sehr, sehr viele und starke Zahlen sehen könnten, wenn wir auf Base schauen. Aber dennoch ist das ein Ding, was wir immer aus der Seitenlinie mit beobachten müssen. Stand jetzt Arbitrum meiner Meinung nach der König der Layer-2s, nachweislich. Und Optimism eher auf Platz zwei. Dennoch glaube ich nicht, dass Optimism Arbitrum überholen würde. Kommen wir auf Chaining. Du bist dir nicht so ganz sicher, ob du jetzt in Chaining investieren sollst, aber schauen wir uns mal CCIP mal genauer an. CCIP ist ein Ort, wo viele Blockchains miteinander verbunden sind, wo wir die Möglichkeit haben, One-Click auch von Optimism Liquidität-Pools zu erstellen und diese Liquidität-Pools im CCIP-Protokoll auch an Ethereum weiterzuleiten. Mit einem Klick, ohne Bridgen, ohne die Möglichkeit, dass wir vielleicht Geld verlieren könnten und mit der Prämisse, dass alles, was wir machen, sicher ist. Also ein sicherer Ort und ein sicherer Hafen für unsere einzelnen Trades. Und deswegen dürfen wir genau diesen Punkt nicht vernachlässigen. Denn für mich bedeutet CCIP im nächsten Bullenmarkt auch als Gewinner dazustehen, denn es werden immer viele Blockchains geonboardet. Dennoch eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir haben uns die einzelnen Fees mal vor einigen Tagen mal angeschaut und es werden nicht so viele Gebühren generiert. Und ich hatte dazu auch in der Vergangenheit öfters Videos gemacht, wo ich auf Augenhöhe Chaining behandelt habe. Und es passiert gerade nicht viel. Das dürfen wir bei einem Investment in Chainlink nicht vergessen. Wenn wir auf Dune Analytics schauen, dann werden sehr, sehr wenig Gebühren generiert. Aber es ist auch ein sehr, sehr neues Projekt. Deswegen genau diese Prämisse darfst du oder solltet ihr nicht vernachlässigen, wenn wir das Ganze für uns haben. So kommen wir mal zum Fazit. 17.000 Dollar. Du stellst dir gerne ein kleines Häuschen vor mit einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren. Ich finde, diese einzelnen Positionen dürfen wir nicht auf Long Term 5 bis 10 Jahre ansehen. Es ist sehr, sehr wichtig in Krypto, dass es immer wieder neue Sachen, neue Trends geben wird. Und ich würde auf keinen Fall ein Portfolio erstellen und das Ganze 5 bis 10 Jahre durchgehend hoddeln. Denn wir haben es bei anderen Projekten gesehen wie NEO. Das war so dieser Ethereum-Killer. Und viele haben predicted, dass das Ganze jetzt komplett to the Moon gehen wird. Und dass die Anwendungsbereiche, dass diese chinesische Ableger des Ethereum besser sein wird als das Original. Und wir haben gesehen, dass viele Trends nicht oder eine kurze Halbwertszeit haben von mindestens ein bis zwei Jahren. Das heißt, diese Position würde ich immer wieder neu researchen und neu rebalancieren, ob das Ganze noch okay ist oder nicht. Denn zum Beispiel Arbitrum, ganz klar eines meiner besten Favoriten. Aber sobald CK-Sync mit ihrem Token rauskommt oder auch andere CK-EVM-kompatible Blockchains mit der CK-Rollup-Technologie, dann werde ich definitiv von Arbitrum komplett auf CK-Rollup umswitchen. Ganz klar, das habe ich immer wieder gesagt und weil einfach mit CK-Rollup wir höhere Mehrwerte, höhere Use Cases generieren können als mit Optimistic-Rollup. Optimistic-Rollup ist zwar günstig, aber es wird alles von Optimistic auf CK-Rollup übergehen. Und das ist eine ganz klare Sache. Denn deswegen ist es für mich besonders wichtig. Wenn wir aber auf Bitcoin und Ethereum schauen, da wirst du noch sehr, sehr gut dabei liegen. Wir werden aber auch auf Quant-Seite oder auf Polygon, werden wir immer neue Entwicklungen haben. Wir werden immer neue Wettbewerbe haben. Und genau die gilt es ja auch immer wieder anzuschauen und zu gucken, was bieten die an und wie könnte dieser Wettbewerb bedrohlich für mein Investment sein. Genau das gilt es ja auch in Krypto immer wieder neu zu begutachten und neu zu überprüfen. Und genau das ist es nämlich auch. 5 bis 10 Jahre definitiv keine Empfehlung. Immer wieder selber schauen und gucken, wie das Ganze auch durchlaufen könnte. Aber definitiv zum nächsten Bullenmarkt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du mit so einem R-Portfolio, wir brauchen nur 2,5x, sodass du insgesamt dann auch über 50.000 auch liegen könntest. Und in dem Punkt wäre das auch ein sehr, sehr gutes Portfolio, sehr, sehr hoch. Ich würde vielleicht Quant mal rebalancieren gegenüber Bitcoin. Mal schauen, wie das Ganze sich so verhält. Aber definitiv nicht im Minus verkaufen, sondern vielleicht einige Positionen auf Bitcoin übergehen, weil das ist mir schon ein bisschen zu hoch als das hier. Und vielleicht einige Positionen auf Ethereum weiterhin ausbauen. Wenn du sowieso an Arbitrum und Polygon glaubst, solltest du auch zwangsläufig an Ethereum glauben. Aber wie ist eigentlich deine Meinung? Schreib das gerne in die Kommentare. Lass uns da einen Austausch übergehen. Und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in den Tag, in den Montag, Freunde. Wir sehen uns auch morgen wieder, 8 Uhr. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.